Johann Sebastian Bach kam 1717 nach Goethen mit 32 Jahren. Im Dezember kam er an, etwas später als seine Familie. Maria Barbara, seine erste Frau und seine vier kleinen Kinder, waren schon von Weimar aus vorweg gefahren, sicherlich auch mit ganz vielen Instrumenten im Gepäck. Bach selber musste noch einen kleinen Umweg nehmen, so ähnlich wie beim Monopoly-Spielen. Er musste nämlich ins Gefängnis. Und das, wie die alten Akten sagen, aus halsstarriger Bezeugung. Er hatte den Fehler gemacht, einen neuen Job anzunehmen, ohne seinen alten Arbeitgeber, um Erlaubnis zu fragen. Der war natürlich total sauer, ließ ihn einsperren, gab dann aber irgendwann klein bei. Jetzt ist die nächste Preisfrage. Wo hat Johann Sebastian Bach in Köthen gewohnt? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Die Antwort gibt es wie immer im nächsten Video.